Hallo, einen schönen guten Abend vom Friedrichsplatz in Kassel. Jetzt startet die Eröffnungsfeier, quasi der musikalische Act. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen und ich wünsche euch viel Freude. Keiner von euch grinst, den hört ihr wahrscheinlich hier häufiger. Kann ich mir vorstellen. Ihr werdet wahrscheinlich alle nicht wegen mir hier sein. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was das Line-Up heute ausmacht. Wisst ihr, wer als erstes dran ist? Okay, ich mag, ich mag die Art und ihr werdet, aber ihr könnt es ein bisschen größer nächste Mal, mit ein bisschen mehr Euphoria in dir, würde ich sehr gut. Ja, das ist total korrekt. Ich bin ein Mann in eine Femmein. Ich bin ein Femmein. Ich bin ein Femmein. Also, ich bedenkei meine Lifestyle zu einem Femmein. Ich finde diese Frauen-Band sehr interessant, auch die Erscheinung des Bühnen-Outfits. Das ist eine zwölfköpfige Band, die in ihren klassischen Liedern mit arabischer Musik unter anderem auch die Frauenrechte ansprechen und auf gewisse Problematiken hinweisen. Ich fand das total interessant und alle zwölf Musikerinnen fand ich auch sehr charmant. Musik Untertitelung. BR 2018 Spät um 22 Uhr war der Ausklang. Ich fand mich aber total immer noch schön, das Blütenbild, das hat mir so gut gefallen und auch die Melodie. Ja, hab ich einfach mitgeföhnt. Jetzt nochmal ein Schwenker zum Fredizianum. Ach, das war eine Stimmung in der Stadt gestern Abend. Ich kann euch nur sagen, die Documenta gilt bis zum 25. September. Aber kommt doch nach Kassel. Es lohnt sich. Das war eine Stimmung in der Stadt gestern. Tag.